Hier ist Platz 8 in der Runde Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Scamers Heute mal nicht alleine, sondern zusammen mit dem Tom Hallo Tom Hallo So und da gehen wir auch sofort in die Runde Ah, da sind wir sofort in der Runde Ihr sagt so, wir lachen uns gerade ein bisschen nur kaputt Wie, äh, wir gucken uns gerade ein, wie die Bühne einfach eingekracht sind Habt ihr bestimmt auch in den Medien mitbekommen Natürlich die Opfer, die dabei waren Die wurden überrollt, aber Ja, also es war schon, ja Ja, das war jetzt aktuell, glaube ich Ja, das war glaube ich aktuell Und das war natürlich bitter jetzt Würde ich mal hier sogar behaupten Stopp Alter, hab ich den ab Tschüss Ihr könnt verkaufen Ihr könnt euer Minecraft verkaufen Tschüss Oh Wie, abfrisst das, du Loser Aber ich treibe ich den noch, das wäre übelst geil Hätte ich noch den Kinder Ehrenlos, schreibt er Ah, lol Okay, das war ein bisschen ehrenlos Das gebe ich jetzt komplett zu Oh, der hat zu Stürb, Kuh Ja Wie viele haben jetzt schon runtergeeiert Ich hab übelst Angst Respekt auch Wenn ich jetzt runtergeeiert würde, das würde Tschüss, Kuh Erdkopf One Tschüss Wir sehen uns Im Himmel Nein Tom, hilf mir Tschüss So, jetzt kann ich das Wasser nicht mehr retten Ja, perfekt, Alter Ich rasiere voll auf dem Map, ne Ohne Witz Und Stevie Kann der mir Kann der mir gefährlich werden Ach, er hat Eier oder Schneebel in der Hand Junge, was ist denn deine Mission Denkst du, dass du mich jetzt hier runtereiern kannst In welcher Welt lebst du? Du triffst doch nicht mal Tschüss, wir sehen uns Ha, ich werde abgetrieben Hast du vergessen So, ich hab ne bessere Brust Ich bin so zu sagen, fast die Hopp Ich werde jetzt eh von hinten abgestaut Oh mein Gott Was hast du nur für'n Kid? Oh mein Gott So, da ist der Schiss, ne Tschüss Nein, du lebst noch Alter, was bist du für einer Denkst du, dass ich jetzt echt da runterspringen werde, oder was? Wir sehen uns Pa, 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 pa Easy Nein, Spaß Ich hab immer noch Chat fahren Hier Aber Junge Das war ne gute Runde Würde ich mal hier sogar behaupten Oder? Ja, definitiv So, das sehen wir doch sofort in der nächsten Runde Hier sind Oh, Bob YouTube Google mal Hier, geh mal auf dein Nein Geh mal bei YouTube Hä, warum ist hier Wasser? Lol Bei Lol Bob YouTube Gemein Bob Und dann YouTube Hier ist Platz 8 in der Runde Hilfe Er kommt schon Angenau Shiftet Ich hab ihn Nein, er hat sich gerettet So, jetzt Alter Platz 8 Jetzt weiß ich meinen Titel 9000 Wind sind Das ist geil Digga, was ist denn los bei dir? Ah Tschüss Vielleicht nimmt ihr auf, ne? Ey, das wär mega nice Nein Als ob er ihn hat Ich hab keinen Bock gegen ihn zu spielen Ganz ehrlich Nein Halt, stopp Ich treff nicht mit Eiern Junge Ja, ich bin tot Es leckt Scheiße Er hat sich gehealt Er hat mich tot Als ich hätte ich fast bekommen So, das war's Das waren die drei Runden Schaut bei dem nebenbei Lol Bob YouTube vorbei Tau da rein Und Tschüss